Ich begrüße Sie zum Videolernmaterial Kinderanästhesiologie der Asklepios Medical School. Sie nehmen hier an einer neuen Art des Lernens teil, mit der Sie sich jederzeit auch von unterwegs Wissen aneignen können. Wie funktioniert das Ganze nun? Hier sehen Sie die Startseite, von der aus Sie direkt zu den vier Videomodulen gelangen. Im Moment befinden Sie sich hier. Wenn Sie oben auf das Logo der Asklepios Medical School klicken, gelangen Sie zu unserer Webseite. Um mit dem Lernen zu beginnen, müssen Sie sich als erstes anmelden. Wenn Sie registrierte Seminarteilnehmer sind, haben Sie bereits Ihre Zugangsdaten per E-Mail erhalten. Ansonsten melden Sie sich bitte beim technischen Support von professore.de. Den Link finden Sie auf der Startseite. Klicken Sie auf Anmelden, geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Sie sehen dann hier, dass Sie erfolgreich angemeldet sind. Nun können Sie die Materialien in vollem Umfang nutzen. Zur Verfügung stehen Ihnen diese vier Themenbereiche. Früh- und Neugeborene, Atmung und Beatmung, Narkosevorbereitung und Sicherheit. Klicken wir als Beispiel einmal auf Früh- und Neugeborene. Wenn Sie hier auf Play klicken, gibt Ihnen Professor Schindler eine kurze Einführung zu diesem Thema. Mein Name ist Ehrenfried Schindler von der Asklepios-Klinik St. Augustin. Dieses Modul behandelt die anästhesiologischen Besonderheiten, spezielle Aspekte bei Früh- und Neugeborenen. Auf der linken Seite sehen Sie die Kapitel, die das Thema Früh- und Neugeborene umfasst. Wir wählen hier als Beispiel einmal Kapitel 1 aus. Drücken Sie auf Play und Professor Schindler erläutert Ihnen, was Sie zur Mortalität und Lebensqualität von Früh- und Neugeborenen wissen sollten. So können Sie alle links aufgelisteten Themen durcharbeiten. Zu anderen Themenbereichen gelangen Sie immer über die Startseite. In jedem der vier Themenbereiche finden Sie das Kapitel Vertiefung und Materialien. Sie können sich hier den Foliensatz herunterladen. Es können aber auch interessante Links und vertiefende Dokumente enthalten sein, wie dies zurzeit zum Beispiel zum Thema Narkosevorbereitung der Fall ist. Zu jedem Thema gibt es Lernerfolgskontrollfragen. Kreuzen Sie hier bitte die zutreffenden Antworten an und klicken Sie dann auf den rechten unteren Pfeil. Die nächste Lernerfolgskontrollfrage erscheint und so weiter. Achtung, es können mehrfach Antworten gefordert sein. Das sehen Sie dann hier. Dann erfolgt die Auswertung. Wenn Sie die erforderliche Punktzahl nicht erreicht haben, empfiehlt Ihnen Professor Schindler, die Kapitel noch einmal zu wiederholen. Wenn Sie genauer wissen wollen, was Sie falsch beantwortet haben, klicken Sie auf Zur Auswertung. Hier werden die richtigen Antworten gezeigt. Wenn Sie auf das Buch-Symbol klicken, kommen Sie zu dem Kapitel, aus welchem die Frage stammt. Sie können nun gezielt noch einmal nacharbeiten. Wir haben aber zu manchen Fragen noch ausführlichere Auswertungssequenzen eingebaut. Nach Klick auf das Buch-Symbol öffnet sich hier dann ein neues Fenster, in dem Professor Schindler noch einmal in verschiedenen Videos erklärt, warum welche Antwort falsch ist. Klicken Sie dafür einfach auf die einzelnen falschen Antworten. Haben Sie beispielsweise Antwort 4 gewählt, so sehen Sie hier die Erläuterung. Von dieser Seite können Sie auch zum Ausgangskapitel gelangen, um hier gezielt nachzuarbeiten. Zurück zur Auswertung gelangen Sie, indem Sie das neue Fenster wieder schließen. Oben rechts finden Sie das Symbol eines Schreibblocks. Hier können Sie die entsprechende Seite markieren, ein Lesezeichen setzen oder sich für diese Seite Notizen machen. Damit erstellen Sie sich selbst im Seminarverlauf eine individuelle Liste von Sachverhalten, die Sie auf den einzelnen Seiten besonders wichtig finden. Sobald Sie eine der drei Optionen für eine Seite gewählt haben, wird dieses Symbol rot dargestellt. Kommen wir nun zum Footer. Das sind die grauen Buttons unterhalb der unteren grünen Leiste. Meine Statistik gibt Auskunft darüber, welche Lernmaterialien Sie schon besucht haben und wie Sie bei den Lernerfolgskontrollfragen stehen. Außerdem finden Sie hier auch Hinweise auf markierte Seiten und gegebenenfalls angelegte Notizen. Unter Meine Notizen können Sie alle im Seminarverlauf angefertigten Notizen einsehen, bearbeiten und löschen. Im Impressum finden Sie unter anderem die Kontaktdaten der Asklepios Medical School und die von professore.de. Das Inhaltsverzeichnis stellt alle vorhandenen Kapitel geordnet dar. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lernen.